Lord Pappnase So, Arthur Ich brauche deine Hilfe Wer tut das nicht? Khan braucht einen Ersatz für Urbanus Woher weißt du das? Woher wusstest du das? Pssch, das bleibt mein kleines Geheimnis Okay Wen schlägst du vor? Naja, der Orgmorg könnte der richtige Mann Er Org sein, um Urbanus zu ersetzen Jung, forsch und er weiß, wie man alles aufschlitzt, was sich bewegt Wo finde ich ihn? In Kap Dun Und jetzt geh Schnell, bevor uns noch jemand zusammen sieht Gut, ich bin dann weg Und denk dran Wir haben uns nie gesehen Warum haben wir uns nie gesehen? W-wa-warum Was? Ey Ich nehm noch nicht mal ne Minute auf und bin schon wieder verwirrt Verschwinde Und vor allem Wo ist, wo ist dieser Orgkrieger? Er hat gesagt in Kap Dun Aber, aber wo? Haha Wo denn? Wo ho? Okay Äh, ich bring erstmal Theo zum Strandhaus Lass uns das mal zuerst machen Wie komm ich denn am besten jetzt hier hin? Ich bin, äh, Moment mal, ähm, hier Ich bin so selten hier, äh, da lang, ne? Hier irgendwo runter Ja, das sieht gut aus Da müsste ich, da müsste ich eigentlich runterkommen Theo, schaffst du es? Ja, also ich hab's verstanden, Chat Oh, kann ich einfach eigentlich Das hab ich noch nie probiert Kann ich in die Wüste schwimmen? Oh, lass uns das mal probieren Ich hab ja den Teleportstein Also alles gut Okay, hier sitzen einfach Orgkrieger und Paladine nebeneinander? Die haben wohl Frieden geschlossen So, da wären wir Hier hast du den Schlüssel Die Truhe steht im Turm von Montera Ah, bleib mit dem Ding weg That's what she said Ähm Turm von Montera Ah, ich glaub ich weiß wo Okay Turm von Montera Gut, ich will jetzt mal Testen, was passiert, wenn wir da rüber schwimmen Let's go Ob uns da ne unsichtbare Wand erwartet Ich bin gespannt, liebe Leute Das hab ich noch nie probiert in Götterdämmerung Und bin ich auf die Idee noch nicht gekommen Okay, noch kommen wir vorwärts Es sieht aber nicht so aus, als würde hier drüben irgendwas laden Oh doch, jetzt langsam schaut mal Da kommen die Texturen Sehr hübsch Okay, die haben dann nicht mal ne unsichtbare Wand hingesetzt Das ist ja fantastisch Ah, aber hier ist ne unsichtbare Wand Ah, okay Sehr schön Oh Gott Zurück nach Kapdun Die Abenteuerreise hat sich gelohnt Eieieiei Okay, aber Erzrohlinge Wo finde ich eigentlich Erzrohlinge? Die soll es ja überall geben Hieß es in der letzten Folge Ich seh davon jetzt aktuell nicht so viel Ich find die ja scheinbar überall Und ich glaub ich hab noch keinen einzigen, oder? Ich hab Rohstahl Ich hab einen Erzrohling Sehr schön Okay Die Frage ist, wo ist dieser Ork? Und was gibt's hier sonst noch? Was willst du? Du wirst als Ersatz für Urbanus im Lager gebraucht Okay, bring mich zum Lager Aber bleib mir vom Leib Ich kann Moras nicht ausstehen Gut, folge mir Ich muss den jetzt nach Montera eskortieren Ist das dein Ernstspiel? Ich brauche Ruhe Ah, hier ist auch auf jeden Fall eine Arena Das ist ja schon mal gut Ich nehm mir mal hier noch die schwere Truhe mit Krieg wieder ein Katana Okay, das heißt wir müssen jetzt Morg Oh, lasst mich raten Ich muss jetzt Morg nach Montera eskortieren Um dann Urbanus nach Kapdun zu eskortieren Das spricht gerade sehr für die Qualität des Spiels Kommst du, Morg? Ich helfe dir mal ein bisschen Ich schiebe dich hier mal raus So Okay Ich eskortiere dich jetzt nach Montera Weil er braucht ja einen Ersatz für Urbanus Richtig? Richtig Und ich soll übrigens für die Deserteure noch einen Ork-Schamanen verprügeln In Kapdun steht ja einer Morg Kommst du bitte? Sehr schön Aber ist euch aufgefallen Kapdun hat auch wieder keinen Händler Es ist nicht meine Schuld Dass ich hier die ganze Zeit ohne Heiltränke rumlaufe Das ist absolut nicht meine Schuld Du musst weiter Darf ich dich verprügeln? Ich will das mal kurz testen Du warst das Da wollen die gleich mitmischen Okay Das heißt Wir gehen jetzt zurück Nach Montera I guess Okay Ich kann es gerade nicht richtig fassen Dass ich jetzt gerade wieder zurücklaufe Ich bin entsetzt Weil Den Gornweg Den ich normalerweise spiele Der hat auch schon viele Escort Missionen Wo ich mir so denke What the fuck Aber das ist ja nochmal viel schlimmer Okay Machen wir mal Aber ich muss dran denken Ich hab noch ein paar Lernpunkte Das heißt Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen Stärke vielleicht trainieren Auch mal Die Waffentalente hier Schwertkämpfer können wir glaube ich lernen Vielleicht auch große Waffen Ich weiß es nicht Wir gucken mal Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Montera Zurück nach Montera Ja ich weiß gar nicht was ich erzählen soll Ich hatte für die Folge eigentlich mich mental drauf eingestellt Viele dumme Dialoge mir anzuhören Jetzt laufen wir wieder nach Montera zurück Jetzt muss ich mir was Neues ausdenken Über was könnte man denn reden Tja Schönes Wetter War ich auch so warm Ansonsten muss ja Ad mut dat muss Aber mal schauen Wenn wir in Montera sind Können wir uns ja Die Truhe angucken Der sagte ja Das sind sehr sehr viele Schwerter und Speere drin Was ja bedeutet Dass ich Vielleicht eine krasse Belohnung bekomme Ne? Also eine richtig krasse Weil vielleicht ist er einfach Der Schmiedegott gewesen Ähm Ich hatte eigentlich nicht gedacht Dass der Besonder angreift Ich wollte eigentlich den Wolf drauf Aggressiv machen Aber so geht's natürlich auch Okay Schon wieder Hälfte meiner Lebensenergie verloren Find ich gut Nom 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 Mehr Fleisch essen Ja immer noch schade Dass sich NPCs nicht mit teleportieren können Oh Auf den Wegen ist ein Gegner gespawnt Was ist das denn? Da haben sie wirklich dran gedacht Was hier so ein bisschen Action ist Oh mein Gott Das macht schon wieder alles so viel Schaden Ich würde gerne ihm hier ein bisschen helfen Aber ich fühle mich halt komplett unterlevelt aktuell Als Magier würde ich das alles wegrotzen Oder als Fernkämpfer Bogenschütze Bogenschütze wäre auch gut Ach wie schön Die kämpfen weiter Während ich im Menü bin Praktisch Ist mir das schon In einer der letzten Folgen aufgefallen Okay So läuft's aber gut Und wir das hier so ein bisschen aufteilen Immer schön im Kreis rennen Ey ich hab doch geblockt Aber schon wir schaffen das Au Das tat aber jetzt gerade weh Ich weiß mittlerweile Warum viele Leute Gothic 3 Nicht durchgespielt haben So In diesem Gemetzel liegt keine Ehre Ja War viel Inventarkämpfe mit dabei Gebe ich zu War nicht ehrenvoll Natürlich vergiftet die mich In diesem Gemetzel liegt keine Ehre Würdest du mir mal helfen bitte Oh ich glaub ich bin tot Schaff ich nicht oder Nein Ich mag's aber wie er so wegfliegt Wenn er durchs Gift stirbt So Ich ess jetzt dieses Fleisch Oh tot So hilfst du mir ein bisschen Mein lieber Herr Ork Sehr liebensgewürzig Nicer Treffer Und weiter nach Montera Ins Abenteuer Wobei wenn die jetzt überall solche Schrate Hinplatziert haben Dann wird's ein langer Weg nach Montera Wenigstens Scavenger hau ich One Hit um Das ist doch was Schönes So mein lieber Morg Kommen sie mal mit hier Übrigens wenn ihr wisst wo ich Ähm Erzrohlinge herbekommen Ab in die Kommentare damit Weil Ich glaub nicht dass ich die so finden werde Obwohl die überall rumliegen Ne gibt's überall Ne Wir dürfen die nicht verlieren Oh das Spiel ruckelt hier aber auch gerade richtig Ne Ist nicht Youtube was hier ruckelt Ist schon das Spiel Haben wir Morg verloren Komm schon Morg Ist echt ein bisschen langsam Wir haben doch keine Zeit Und weiter durch die Wildnis Das war ein interessanter Schlag Gesehen so ein Ballettsprung nach links Und dann Schwert in die Fresse gerammt Okay Hälfte des Weges Haben wir schon mal wieder geschafft Eieieiei Ich bin echt froh Dass es im Hauptgame So wenig Escort Quests gab Ich erinnere mich gerade an Diese Sklaven in Okara Mit Diego Konntest du nach Morazul wandern Du musstest aber nicht Das war eher so eine versteckte Quest Oh hängt schon wieder fest Oh mein Gott Aber sonst gab es Nicht viele Escort Quests Zumindest Nicht solche Wo du vorgelaufen bist Es gab viele Gerade in Nordmar Die Die vorgelaufen sind Um dich in der Gegend rumzuführen Das war ja dann meistens Noch so ein bisschen hilfreich Okay er kommt Er kommt Und gleich haben wir es geschafft Liebe Leute Wenn ich ihn abgegeben habe Machen wir folgendes Wir gucken in den Turm von Montera Für die Truhe von Theo Und Ich werde zu Toros gehen Und noch ein bisschen Stärke Skillen Hilfe mir mal gegen die Blutfliege Ich will nicht vergiftet werden Nice Also ich höre irgendwelche Trollgeräusche Ich könnte mir vorstellen Dass auf diesem Berg oben Trolle sind Okay guck mal Wir sind in Montera Wir haben es geschafft Also das ist gerade Alles sehr belastend Aber die Musik entschädigt So kann ich ihm jetzt sagen Dass wir da sind Nee noch nicht Muss ich ihn vielleicht Bis in die Burg bringen Oder zu Urbanus Wo muss ich dich hinbringen Ich bring dich mal zu Khan Weil der wollte ja Einen Ersatz haben Also wird das am meisten Sinn ergeben Aber was ergibt in diesem Spiel schon Sinn Das ist die ganz andere Frage Okay Wir haben es geschafft Ist Khan da? Khan ist da Nice Dann steh hier nicht weiter blöd rum Sondern ersetze ihn Verflucht Diese ständigen Unterbrechungen Gehen mir auf die Nerven Los verschwinde Ähm Hä? Was? Okay Das heißt Ich bring ihn jetzt doch zu Urbanus Vielleicht Möglicherweise Sie sehen mich sehr verwirrt Ich weiß was du denkst Lass mich in Ruhe Urbanus Wo standest du nochmal rum? Hier Ich hab Ersatz für dich Khan gibt dir die Erlaubnis Mit mir zu kommen Bleib hier Bis ich mit Urbanus zurück bin Zurück bin? Zurück Oh mir wird grad ganz schlecht Äh Einmal nach Einmal nach Trelis Ah Und Ähm Bei Torus Schwertkampf lernen Ich hab ein ganz mieses Gefühl Bei diesem Satz Zurück bin In der Ruhe Liegt die Kraft Äh Torus war übrigens Da drüben Ich würde So Schwertmeister Kostet 20 Lernpunkte Oh Oder nenne ich Große Waffen Was hab ich denn Für große Waffen Das schwert der Ahnen Brauch aber große Waffen Drei Hm So viele große Waffen Hab ich gar nicht Dann lerne ich mal Lieber Schwertmeister Ich will ein Schwertmeister Werden Weiter so Weiter so Weiter so Ja Nur weiter so Erstmal in Stärke Okay Okay Bevor ich jetzt aber Auf die Erkundungstour Gehe Ich hab zwar gesagt Ich will jetzt nicht Nochmal nach Farring Aber ich mach's jetzt Trotzdem Um einen Händler Zu suchen Und dem ich Heiltränke kaufen kann Warum finde ich Keinen Händler Mit Heiltränken Du hast nur Nahrung Gib mir Gib mir doch Einen Händler Mit Heiltränken Du Du siehst aus Als hättest du Viel Heiltränke Er hat Feuerregen Was hat der Alter was Entschuldigung Der hat Feuerregen Und Hagelsturm Das kaufe ich mal beides Nice Und der hat Gruppenhypnose Das will ich auch haben Der hat einfach die OPsten Zauber Wer damit Ein Händler Mit Heiltränken Fantastisch Und ich Hat irgendwo Doch noch Ein Händler Mit Mit Rüstung Der hier Aber ich meine Mit schwächere Rüstung Er hat Eine schwere Nomadenrüstung Die kostet Trotzdem 108.000 Klingenschaden 95 Wie viel Klingenschaden Mach ich denn Aktuell Ich mach halt 125 Der Stachel Wär stärker Aber ist eine große Waffe Also ich hab nicht So viel Gold Ich glaub ich weiß Ich könnte farmen Und so Aber Für die Rüstung Hier farmen 135 Ich hätte halt Lieber den Schlafzauber So Aber ich Befürchte langsam Dass ich den Schlafzauber Nicht bekomme Okay Aber wir haben Hagelsturm Feuerregen Das ist auch gut Ich geh mal Ganz kurz Nach oben In die Burg Um zu gucken Ob es da noch Einen Händler Gab Mit Mit weiteren Eiltränken Hast du nichts Zu tun Ich will Keinen Ärger Haben Habt ihr hier Gute Schmiede Die sich um Eure Rüstung Kümmern Ja Haben wir Kendall Ist der Beste Von ihnen Okay Danke Für den Hinweis Du hast doch sicher Noch was zu erledigen Kein Händler hier Was verkaufst du Das kann ich dir Nicht sagen Warum nicht Meine Waren Sind ausschließlich Für Armeegenerele Bestimmt Ah Gutes Gespräch Was Was sind das Ich Ich Die Dialoge Hören wir uns später an Ich Ich bin mir nicht sicher Was ich da gelesen hab Gerade Lass mich Aber auch nur wieder Sehr sehr wenig Händler Würdest du Der kann mir Stärke beibringen Und die Kälte zu ertragen Du solltest jetzt gehen Okay Ich bin grad Mega verzweifelt Ich hab zwar ein bisschen Heiltränke Wir kriegen beide noch Ärger Ich finde interessant Dass die Hausfrauen hier Wie die Sklavinnen reden Aus Gothic 3 Nicht sehr konsequent Aber hier liegt auch Nirgendwo was zum Loop Nicht gedacht Dass es so schwer wird An Geld zu kommen Quietsch Hier vielleicht Hier liegt ein bisschen was Das sieht doch lootbar aus Hier Schaut mal Das Lass ich mir mal nicht entgehen Unmöglich Unmöglich War da was dabei Was Was ich gut verkaufen kann Nicht wirklich Alles nicht so viel wert Oh die Streitachse ist ein bisschen was wert Guck mich hier trotzdem mal noch fix weiter um Vielleicht liegt da irgendwo Einfach die imbarste Waffe ever Aber irgendwie Irgendwie nicht Ich krieg halt auch kaum durch Quests Goldbelohnungen Okay Was wir aber machen Ich geh jetzt mal Nochmal nach Montera Geh in den Turm Und such Theos Truhe Vielleicht Krieg ich da ja ein bisschen Gold zusammen Und dann gehen wir mit Urbanos Nach Kapdun I guess Weil wir Noch nicht genug Eskorten hatten So Mit Turm meint er Hoffentlich das da Ist die Truhe hier unten Nee Dann oben Da ging es nach oben Gucken wir mal Habe ich gerade eine Truhe gesehen Das ist ja aber nicht Theos Truhe Theo hies er Theo Theo Wir fahren nach Lodge Ähm Hä Falscher Turm Ich meine da drüben ist auch noch ein Turm Vielleicht meint er Vielleicht meint er den Turm Die Aussage war halt wieder sehr spezifisch Drüben ist auch noch ein Turm Vielleicht meint er Vielleicht meint er den Turm Kann ja auch sein Uh Ah Theos Truhe Hackebeile Eisenspeer Ja okay Zumindest Zeug zum Verkaufen Also es ist nicht Es ist nicht ganz scheiße Es ist nicht ganz scheiße Mann Ich hau mich hin Ich bin mir sicher Du hast noch zu tun Okay Mann Was willst du Dann Geh mal mit Urbanus Auf Nach Kapdun Offensichtlich Ich hoffe Urbanus Hat wenigstens einiges drauf Die Ehre liegt im Kampf Lass uns zum Lager gehen Es ist halt wirklich nochmal eine Escort Quest Das Spiel Das Spiel Schaubt nicht rum Let's go Ah das kannst du dir doch auch nicht ausdenken Oh er nimmt die Geheimpfade Okay Mitten durch den Wald Ja dann zeig mir mal Urbanus wo es hingeht Show me what you got Ich bin gespannt welchen Weg er nimmt Nach Kapdun Die Blutfliege ignorieren wir Okay Wir ignorieren die Blutfliege Vor allem das Gute ist ja Ich hab jetzt ja Hakelsturm und Feuerregen dabei Das heißt wenn da ein fettes Banditenlager kommt Dann machen wir die einfach Einfach knick knack weg Aber ja wir gehen jetzt offensichtlich zurück Nach Kapdun Und dann müssen wir wahrscheinlich mit Urbanus wieder zurück Das ist ja fantastisch Ich freu mich Ich weiß gerade gar nicht was ich dazu sagen soll Aber okay Okay wir drehen uns einmal im Kreis Urbanus kennt die Wege Ich mag diesen Sonneneffekt übrigens sehr sehr gerne So Urbanus sind wir bald da Wobei ich gerade im Überlegen bin Welches Lager bei Kapdun meint der denn überhaupt Wo ist denn bei Kapdun ein Banditenlager Da bin ich gerade ein bisschen überfragt Oh ist hier ein Ist das ein Banditenlager hier Meint der das etwa Oh das ist Das ist aber doch nicht bei Kapdun Das ist doch nicht bei Kapdun Okay Weißt du nicht warum ich die gerade so zu Boden haue Ich finde es aber sehr interessant Vielleicht durch den Skill Schwertkämpfer Oh die vergiften mich Die haben Giftschwerter Ungeil Und Urbanus macht gar nichts Finde ich gut Ähm Gegengift schlürfen Schnell mal Gut dass ich die Heiltränke gekauft habe Okay Der hat aber auch keinen Bock Okay und die hatten das Artefakt dabei Habe ich das vielleicht schon gelootet Ich habe es wahrscheinlich schon gelootet Bei den Banditen Oh Urbanus läuft einfach zurück Sehr gut Urbanus Warte mal Okay Er hat nichts zu sagen Ich muss ihn zumindest nicht zurück Eskortieren Das ist gut Aber wir sind doch hier für ein Artefakt Es kann halt sein Mit rechts klicken Das heißt ich gehe jetzt mal zu Ugi zurück Und sag ihm ich habe das Artefakt Ich habe das Artefakt Überbringe dieses Artefakt an Kahn Okay Und jetzt verlässt erst Urbanus die Gruppe Sehr gut Nice Tolle Dialoge Nee ich bin begeistert Gutes Gespräch auch Bring mir etwas über alte Magie bei Oh der kann mir Mana Beibringen Sehr gut Ähm Ja Okay Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost Wir brauchen noch die Erzrohlinge Für die Rüstungen Ja Kahn braucht Ausrüstung Dafür brauchen wir jetzt diese Diese Erzrohlinge Wirklich Wo finde ich denn jetzt Erzrohlinge Der hat halt nur Rohstahl Ich google das jetzt mal ganz kurz live Meine lieben Freunde Ich ergoogle mir das mal ganz kurz Moment Ich muss hier mal kurz umswitchen So Gothic 3 Götterdämmerung Erz Soma Erz Das wird mir sogar direkt vorgeschlagen Sehr gut Das Erz für Soma findest du gegenüber im Lagerhaus Was Moment Wait Nein nicht verkaufen Nicht verkaufen Wait a minute Oh das wäre ja belastend Das will ich einmal kurz nachprüfen Moment mal Das sind gar Will der magisches Erz Oder will der Erzrohlinge Das ist meine Meinung dazu Zehn Erzrohlinge Oh haben die das falsch übersetzt Und man braucht magisches Erz Oh mein Gott Du dreckiger Dieb Ah Hier darf ich mich klauen Okay Aber ich hab ja Gruppenhypnose Oh ist das wieder alles dämlich hier Oh ich krieg Kopfschmerzen Warte mal Ich hab ja extra Gruppenhypnose Für so einen Scheiß Weg mit der Magie Wenn das jetzt wirklich funktioniert Ich hab die Dinger Meine Finger Äh Ich meine mein Erz Da Bitte Danke Tut mir leid Ist dein alter Witz unterschmieden Vielen Dank Du hast mir den Arsch gerettet Alter Okay Sogar noch Übersetzungsfehler Hammer Eieieiei Gut Liebe Leute Das soll's für die Folge aber gewesen sein Wenn euch das Video gefallen hat Will man bewerten und kommentieren Und wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Ciao Ciao